Die Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 3.500 Pence, ein klares Buy. Und das bedeutet bei einem aktuellen Kurs von 2.800 ein Kurspotenzial von 25% plus eine Dividendenrendite von sage und schreibe über 8%. Wir sprechen heute über das Unternehmen British American Tobacco. Was ist das für ein Unternehmen? Es ist ein global agierendes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien und man spezialisiert sich darauf, Tabakprodukte zu veräußern. Und wir wissen ja schon, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das Wachstum bleibt irgendwo aus. Aber trotzdem, wir kommen zu all diesen Punkten. Wir werden uns alles anschauen. Nämlich, man vertreibt diese Produkte in über 170 Ländern. Man geht jetzt auch auf diese Next Generation Products. Und in 2023 verkaufte die Unternehmensgruppe insgesamt 654 Milliarden Zigaretten. Extrem spannend, das kann ich nur sagen. Und deswegen, schau dir diese Analyse an, die jetzt im Folgenden kommt. Wir schauen uns das Unternehmen ganz genau an. Wir nehmen es richtig unter die Lupe und legen damit auch direkt los. Und zunächst gucken wir uns mal ganz grob an, wie sieht denn so der aktuelle Kurs aus. Und da sehen wir, dass die Aktie aktuell minus 50% vom Hoch aus 2018 entfernt ist. Zwischenzeitlich gab es ein Minus von 61%. Gerade deshalb vielleicht auch ganz interessant, sich aktuell anzuschauen. Ist hier vielleicht ein Einstieg zu machen. Zunächst mal der Steckbrief des Unternehmens. Wir sind hier im Basiskonsumgüterbereich. Genauer gesagt, Tabakwaren 1902 war die Gründung. IPO hatte man in 1912 entsprechend. Die Mitarbeiteranzahl aktuell liegt bei über 46.000 über den ganzen Globus verteilt. Der Börsenwert beträgt 79 Milliarden US-Dollar. Und das ist so vergleichbar mit Unternehmen wie hierzulande zu Volkswagen oder auch Mercedes-Benz, um das mal richtig einzuordnen von der Größe. Und die Dividendenrendite 8,36%. Das ist Wahnsinn. Ja, aber beginnen wir doch erstmal mit dem Geschäftsmodell an sich. Was macht das Unternehmen genau, bevor wir dann auch auf die Fundamentalzahlen, das Management und so weiter auch kommen und nachher natürlich auch ein Fazit hieraus bilden wollen. Das Geschäftsmodell basiert eben auf der Herstellung und auf dem Vertrieb von Tabakprodukten sowie zunehmend auch auf sogenannte Reduced Risk Products, RRPs abgekürzt, die unter dem Begriff der Next Generation Products, NGPs, ganz tolle Abkürzung, da wird das Ganze zusammengefasst. Und wir gehen jetzt im Folgenden mal genau diese Bereiche durch. Zunächst einmal wäre zu sagen, der traditionelle Tabakproduktbereich, wie man sich das nochmal denken kann, das ist der größte Geschäftsbereich dieses Unternehmens. Und das Unternehmen gehört jetzt zu den führenden Herstellern in diesem Sektor. Ein erheblicher Teil des Rottabaks wird von vertraglich gebundenen Kleinbauern in beispielsweise Brasilien, Kenia, Uganda oder auch Bangladesch bezogen. Und insgesamt hat man 45 Zigarettenfabriken in 39 Staaten weltweit. Und das Marktvolumen alleine in den USA beträgt derzeit geschätzt 90 Milliarden Euro und steigt auch weiterhin bis 2029 auf 92 Milliarden Euro. Das heißt, es gibt hier ein Wachstum, ein minimales, aber nicht wirklich nennenswert, aber immerhin kann man sagen, hier ist eine gewisse Stabilität zu erkennen. Der zweite Bereich, das ist eben der New Generation Products Bereich, wo auch übrigens mehr Wachstum zu haben ist. Und dieser Bereich, der enthält eben diese Reduced Risk Products, also die Alternativen zu diesen klassischen Nikotinprodukten. Da diese als weniger schädlich angesehen werden, ist es entsprechend natürlich auch mit dem ganzen Wandel in der Gesellschaft und so weiter, ist da eben mehr Zukunft zu sehen. Und das kann man wieder unterteilen in mehrere Unterbereiche, nämlich zum Beispiel einmal das Dampfen, ja, also E-Zigaretten. Ja, das sind also batteriebetriebene Geräte, bei denen eine Flüssigkeit erhitzt wird, um einen Dampf zu erzeugen, der dann entsprechend vom Benutzer inhaliert wird. Und vor allem bei jungen Menschen ist das Ganze sehr beliebt. Die Zielgruppe sind so 18- bis 30-Jährige, teilweise auch sogar noch jünger. Und so Titel zum Beispiel die FAZ, das können wir ja immer einblenden, Rauchen ist wieder cool, denn Einweg-E-Zigaretten sind der große Trend auf den Schulhöfen. Ebenso zu diesem neuen Spaten, ja, gehören Tabakerhitzungsprodukte. Ja, diese Produkte erhitzen dann nur den Tabak, anstatt ihn herkömmlich zu verbrennen, was potenziell eben weniger Schadstoffe freisetzt. Dann ein weiterer Bereich der Nikotinbeutel. Dieser wachsende Bereich umfasst Nikotinbeutel und andere orale Nikotinprodukte, die oft als weniger schädliche Alternative zu eben den traditionellen Tabakprodukten angesehen werden. Insgesamt wird prognostiziert, dass der Gesamtmarkt für diesen Next-Generation-Products-Bereich von 2024 bis 2031, also ähnliche Zeitspanne wie eben, ein jährliches Wachstum von 11,3% hat. Und das ist natürlich enorm. Das heißt, diese neuen Produktkategorien, die eben gesünder sind oder weniger Risiken eben in sich haben, in sich tragen, das ist natürlich ein viel, viel wichtigerer Markt, ja. Zwar vielleicht kein wichtiger Bestandsmarkt aktuell, aber für die Zukunft, für das Wachstum ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und man kann auch sagen, dass dieser ganze Tabakkonzern-Bereich, wo wir die großen Player im Markt hatten, ja, das wird wirklich umgewirbelt. Denn das ganze Geschäftsmodell wird umgestellt. Das sehen wir nicht nur eben hier bei British American Tobacco, sondern eben auch bei anderen Unternehmen in dieser Branche. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Aspekt, warum das besonders interessant für diese Unternehmen sind, nämlich die Besteuerung ist hier noch ganz anders. In den meisten Ländern sind die Steuern auf Tabakwaren einfach unglaublich hoch. Hier bei diesen neuartigen Produkten ist die Steuer wesentlich geringer, ja. Man kann also günstiger anbieten und zugleich kann man auch mehr Gewinnmarge generieren, ja, weil der Endnutzer letztendlich ja die Kaufkraft hat, um sich das Ganze leisten zu können und trotzdem noch ein Gewinn übrig bleibt. Wie sieht es mit der strategischen Ausrichtung oder der Strategie allgemein des Unternehmens aus? Im März 2020 stellte British American Tobacco eine neue zukunftsorientierte Strategie vor, die dem Motto folgt, a better tomorrow, eine bessere Zukunft. Diese Vision zielt eben darauf ab, eben die gesundheitlichen Auswirkungen des Geschäfts zu minimieren. Ist ja klar, das ist auch auf Druck der Gesellschaft, kann man sagen, indem das Unternehmen seinen Kunden eben ein erweitertes Angebot von genussvollen und risikoreduzierten Produkten bereitstellt. Und Kern dieser Strategie bilden die folgenden Aspekte. Einmal die Erweiterung des Portfolios, ja. Das Unternehmen setzt verstärkt auf die Entwicklung und auf die Vermarktung rauchfreier Produkte und verabschiedet sich von der klassischen Zigarette. Zweitens, geografische Expansion. Weil man will mit der Präsenz weltweit stärker werden, ja. Zum Beispiel in Ländern wie Indien oder allgemein in dem Raum Asien-Pazifik, wo die Nachfrage nach traditionellen Tabakprodukten, nach normalen Zigaretten so gesehen, weiterhin stark ist, will man eben sichtbarer, stärker werden. Da hat man also das klassische Geschäft noch, ja, was natürlich gesundheitsschädlich ist, ja. Aber was eben entsprechend, ja, entsprechend noch ein Wachstum hat und wo man eben Umsatz sieht. Dann weiterer Punkt, Stärkung der Kernmarken. Das trotz des rauchfreien Fokus so gesehen oder der Alternativen bleibt natürlich die Optimierung, die Stärkung des traditionellen Rauchsgeschäfts weiterhin großer Bestandteil des Unternehmens. Heißt, das Unternehmen investiert natürlich auch weiterhin in die etablierten Zigarettenmarken wie zum Beispiel Dunhill gehört dazu, Lucky Strike gehört übrigens auch dazu oder auch Palmall. Das soweit zur Strategie, kommen wir zu den Problemen. Und da gibt es leider eine Menge zu nennen. Denn das Unternehmen hat mit dieser gesamten Tabakindustrie natürlich kein gutes Omen oder viele, viele Herausforderungen, auch Regulatorien und so weiter. Denn viele Länder haben immer strengere Vorschriften eingeführt, um eben den Tabakkonsum zu reduzieren. Und das wird voraussichtlich auch weiter so gehen. Und dazu gehören natürlich Werbeverbote, standardisierte Verpackungen, wie wir das kennen, mit diesen ganzen Bildern drauf und so. Höhere Steuern, was schon seit Ewigkeiten immer weiter erhöht wird. In einigen Märkten wurden Tabakprodukte sogar komplett verboten, um den Konsum eben gerade durch Jugendliche zu verringern. Und bereits 2022 fiel die Entscheidung in den USA, die Tabakhersteller dazu zu zwingen, den Nikotingehalt ihrer Zigaretten zu reduzieren und zwar um bis zu 95 Prozent. Und das stellt natürlich das ganze Produkt komplett um. Außerdem gibt es ein gestiegenes öffentliches Bewusstsein über die Gesundheitsrisiken des Rauchens. Rauchen geht allgemein ja auch zum Beispiel auch in Deutschland und so weiter zurück. Was dann natürlich zu einer Zurückhaltung führt. Da bleiben natürlich Umsätze aus. Und letztendlich kann man sagen, man kann die Marge nur noch verbessern oder halten, indem man dann Preise anzieht. Geschätzt wird, dass weltweit etwa 1,1 bis 1,3 Milliarden Menschen Raucher sind. Ich finde es noch relativ viele. Das ist ja ziemlich gewundert. Und obwohl die absolute Zahl ja wirklich so immens wirkt, geht die Raucherquote zurück. Warum? Naja, die Weltbevölkerung, die wächst und wächst, ja auch exponentiell. Und wenn die absolute Zahl an Rauchern gleich bleibt, dann ist es also prozentual gemessen an der Weltbevölkerung ein Rückgang. British American Tobacco investiert daher viel Geld in Forschung und Entwicklung eben dieser neuen rauchfreien Produkte. Doch genau hier läuft derzeit nicht alles gut. Ja, das wäre extrem wichtig, diesen Bereich auszubauen. Denn das Unternehmen bleibt hinter den Erwartungen, ja. Während eben Wettbewerber, zum Beispiel Philip Morris, sehr, sehr stark sind, ein beeindruckendes Wachstum haben insgesamt, ja, mit diesen neuen Produkten, ja, findet British American Tobacco leider nur schwer Fuß in diesen Wandel des Geschäftsmodells und lediglich nur 11% des Gesamtumsatzes werden momentan mit diesen neuen Produkten eben erwirtschaftet. Bei Philip Morris zum Beispiel sind es ungefähr 35%. Die Transformation des Produktportfolios ist also noch nicht wirklich im vollen Gange und da muss einiges nachgeholt werden, um hier eben auch den Anschluss nicht zu verlieren. Heißt also dann auch im Umkehrschluss, dass trotz dieser geplanten Diversifizierung in rauchfreie Produkte weiterhin der größte Anteil, nämlich knapp 90% der Einnahmen mit traditionellen Zigarettenverkäufen generiert wird. Doch auch hier gab es in jüngster Zeit leider ein paar Hiobsbotschaften für das Unternehmen. Denn der Markt erlebt gerade in den USA einen dramatischen Rückgang um zuletzt 9%, was dann wiederum besonders besorgniserregend für das Unternehmen ist, denn das Unternehmen erwirtschaftet wieder einen großen Teil dieses traditionellen Geschäfts der Zigaretten in Nordamerika. Das heißt, man hängt eben sehr in diesem Nordamerika-Geschäft drin und da, wo da vielleicht noch ein bisschen mehr Wachstum zu holen ist im traditionellen Geschäft, Asien-Pazifik, ist man eben nicht so stark vertreten. Und wem das noch nicht reicht an Problemen, ja, wir haben ein weiteres Problem, nämlich, dass das Unternehmen die Nachricht verkündet hat, dass eine Abschreibung des Goodwills vorgenommen wird, und zwar in 31,5 Milliarden US-Dollar Höhe. Ja, das kam ursprünglich aus einer in 2017 erfolgten Übernahme von Reynolds im Wert von 54,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, in der Bilanz ist der Goodwill ordentlich gestiegen und den will man jetzt entsprechend abschreiben. Dazu aber später noch in den Fundamentaldaten ein paar mehr Infos darüber. Zusammengefasst kann man also erstmal sagen, dass sich der strukturelle Niedergang des Kerngeschäfts von British American Tobacco beschleunigt, während eben diese NGPs, ja, die Sparte nur langsam an Fahrt gewinnt. Und das ist natürlich eine schlechte Kombination. Und zudem kämpft die Tabakindustrie weiterhin mit einem schlechten Image, ja, was es weiter schwierig macht, in der Öffentlichkeit überhaupt positiv wahrgenommen zu werden. Das haben natürlich alle Tabakkonzerne zusammen gemeinsam. Und da ist natürlich auch bei Investoren eine große Ablehnung da, weswegen wahrscheinlich der Kurs auch so gefallen ist seit 2018, dass man eben hier nicht mehr einsteigt, sondern eher diese Aktien vorzugsweise verkauft, statt in Portfolien aufzunehmen. Kommen wir mal zu den ganz aktuellen Themen, denn da gibt es Gott sei Dank auch ein paar positive Entwicklungen. So hat beispielsweise die US Food and Drug Administration, FDA, im Juli die Zulassung für die Fuse-Alto-Produkte erteilt. Und für das Unternehmen stellt dies ein wichtiger Schritt dar, um eben den risikoarmen Produkten in diesem Bereich, im risikoarmen Produktbereich Fuß zu fassen. Und ein wichtiger, positiver, weiterer Punkt ist, dass man einen langen Patentstreit, den man mit Philip Morris International hatte, wo es um viele, viele Dinge ging, ja, was sich wirklich hingezogen hat, dass man das endlich beilegen konnte, der natürlich auch sehr, sehr viel Kapital geschluckt hat. Wie sieht es mit dem Burggraben aus? Ja, da haben wir ein paar Sachen zu nennen, nämlich zunächst einmal die Regulierungen, die ja sonst ein Nachteil sind. Das erfordert aber, dass man Lizenzen braucht, ja, dass das Ganze durchgesetzt wird. Und das macht es anderen Marktteilnehmern extrem schwer, in diesen Markt überhaupt reinzukommen. Diesen Vorsprung hat man in gewisser Weise. Dann die Markenstärke, ja, wer einmal irgendwo eine Lucky Strike oder sowas raucht, der wird wohl nicht so schnell irgendwo was anderes nehmen, ja, der steht quasi dahinter. Und gleichbedeutend damit kann man auch sagen, die Kundenloyalität ist damit eben verbunden, dass man diese Kundschaft, Stammkundschaft, auch wenn sie langsam nach unten geht, relativ gesehen trotzdem, dass das treue Kunden so gesehen sind, ja, die loyal bei der Marke bleiben. Und ein weiterer positiver Fakt ist sicherlich, dass man diese geografische Diversifizierung hat. Denn wenn man in über 170 Ländern aktiv ist, hat man dort natürlich verschiedene Regulatorien, ja. Und wenn es irgendwo in einem Land mal richtig schlecht für den Tabakkonzern läuft, man vielleicht gar nichts mehr veräußern kann, dann ist man eben sehr, sehr gut, eben kann man das Ganze auf andere Länder verteilen und dadurch hat man natürlich auch einen gewissen Vorsprung, ja, da kommt nicht mal eben ein anderer Marktteilnehmer rein. So, und bevor wir jetzt gleich auf die Fundamentalzahlen schauen, schauen wir uns noch zwei Dinge an, nämlich einmal die Historie und dann natürlich auch das Management. Zunächst einmal zur Historie, das Unternehmen ist schon relativ alt, 1902 wurde es gegründet, zehn Jahre später, 1912, hatte man dann den Börsengang und dann gab es diverse Übernahmen, Zugäufe und so weiter. Wir machen jetzt mal einen Sprung zu 1998, da kam nämlich eben das Listing BAT an der New York Stock Exchange. Und in 2017 zuletzt erfolgte die Übernahme eben von Reynolds American, wo eben auch dieser Goodwill von stammte. Aber hier will man sich eben wichtige Marktteile in den USA weiter sichern. Und was wohl auch noch in die Historie reingehört ist, was in 2023 zuletzt passiert ist, nämlich da wurde das Unternehmen wegen der Umgehung von US-amerikanischen Sanktionen gegen Nordkorea zu einer Strafzahlung von 630 Millionen US-Dollar an die US-Regierung verpflichtet. Und da hat sogar aus dem Justizministerium ein Vertreter gesagt, dass das die größte Strafe überhaupt sei, die gegen ein einzelnes Unternehmen bei diesen Sanktionen gegen Nordkorea jemals ausgesprochen worden sind. Also sicherlich auch ein historisches Ereignis, was natürlich in dem Falle sehr negativ ist. Ja, schauen wir aufs Management. CEO ist aktuell Tadeo Marocco und er ist seit 2023 erst CEO. Er arbeitet aber schon seit 1992 im Konzern, unter anderem auch in Brasilien und so weiter und ist 2019 zum Vorstand berufen worden. Zuvor war er im Unternehmen Finance Director und hält übrigens auch Aktien am Unternehmen. Das ist immer sehr, sehr positiv, nämlich laut der letzten verfügbaren Angabe im Jahr 2024 etwa 103.000 Aktien. Und das ist gut, denn dann sollte er doch ein Interesse haben, dass langfristig die Aktienkurse nach oben gehen, denn dann profitiert er ja auch selber genauso wie wir, wenn wir denn Aktionär sind oder werden. Kommen wir jetzt zu den Fundamentaldaten. Zuvor noch ein Blick auf die Geschäftsbereiche, wie die sich denn verhalten, wie sie sich geändert haben in der jüngsten Vergangenheit. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Und wir sehen, man hat das Kind zwischendurch umbenannt, aber es ist letztendlich im Großen und Ganzen das Gleiche geblieben. Das hieß vorher historische Segmente, so gesehen das Lillane, dann hat man das quasi umbenannt. Das sind letztendlich die klassischen Zigaretten. Dieser Bereich, den wir hier im Grün sehen, man sieht eben diesen großen Anteil, dass man eben von diesem klassischen Geschäft immer noch abhängig ist und die anderen Bereiche nur schwer nach vorne kommen. Da ist also noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. Wie sieht eben die regionale Verteilung aus? Wir sehen hier, dass hier in den letzten Balken 2023, den wir sehen, United States hier relativ großen Anteil hat und der restliche amerikanische Bereich plus Europa eben auch noch relativ groß ist. Ja, das ist jetzt nur der Euro, nee, das ist der Bereich Asien-Pazifik, der eben relativ wichtig ist für das klassische Geschäft, ja, wo man unbedingt aufholen muss. Auch hier ist ein bisschen verwirrend, dass man hier entsprechend die Regionen anders aufgeteilt hat, ja. So, kommen wir zum Umsatz zunächst mal. Wie sieht der aus, der Umsatz? Insgesamt unterliegt einer steigenden Tendenz. Wir sehen, ja, von 1999, zwischendurch hat man so ein bisschen einen gleichbleibenden Umsatz, aber generell hat man das steigern können, auch wenn das ein bisschen treppenartig hier aussieht. Das ist natürlich nicht so der Traumwachstum des Umsatzes, den man hier sieht. Das hat auch mit Übernahmen und so weiter zu tun. Trotzdem diese Tendenz stabil zwischendurch nach oben geht. So können wir das mal sagen. Wie sieht der bereinigte Gewinn aus? Der sieht relativ sportlich aus, muss man sagen. Man schafft es also hier wirklich von Jahr zu Jahr eigentlich eine Gewinnsteigerung zu erzielen. Woran liegt das? Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Das liegt nämlich mitunter an den Margen. Zunächst einmal schauen wir uns aber auch den Free Cashflow an. Wie viel ist das Unternehmen in der Lage, von Jahr zu Jahr an Cash aufzubauen? Und auch hier haben wir eine positive Tendenz. Man schafft es also durch Preiserhöhungen und Co. vor allem im klassischen Geschäft, hier weiterhin steigende Free Cashflows zu erzeugen. Und das ist das, was ich gerade meinte, dass man die Marge hier durchaus wunderbar nach oben anheben konnte. Wir waren hier in dem 2000 bis 2004 Zeitraum. Da war man gerade mal bei einer Marge von ungefähr 20 Prozent. Und das ist aber zuletzt gestiegen auf 30 Prozent bis auf über 40 Prozent zuletzt. Das heißt also, wo kommt dieses Wachstum her? Das kommt eben nicht daher, wie wir schon festgestellt haben, aus irgendwo weiterer Nachfrage, dass man mehr Leute zum Rauchen bringt oder aus diesen neuen Bereichen. Das ist noch viel zu wenig, was man da macht mit dem Unternehmen. Es kommt vor allem durch Preisanpassungen nach oben. Natürlich, Zigaretten werden teurer, auch wegen Steuern, aber vor allem auch, weil die Tabakkonzerne gezwungen sind, die Preise zu erhöhen, weil sonst solche Margen einfach nicht möglich sind. Und das hat natürlich auch irgendwo eine gewisse Grenze, vielleicht auch einen Grund, warum so viele Leute aufhören zu rauchen. Ja, also man muss da unbedingt etwas machen. Ich sehe das so, dass das nicht langfristig weiter so möglich ist. Ja, da müssen auf jeden Fall diese neuen Produkte her. Aber dazu später noch ein bisschen mehr im Fazit. So, schauen wir uns weiter an, wie sieht denn die interessante Dividende aus? Ja, denn die ist ja sehr, sehr wichtig für die Investitionsentscheidung. Wir sehen ein Dividendenwachstum, was wunderbar aussieht. Ja, man steigert von Jahr zu Jahr die Dividende. Man hat in 2017 sich sogar dazu entschieden, ein bisschen Sonderdividende noch auszuzahlen. Und insgesamt sieht man, ja, das ist wirklich ein Dividendengarant, kann man fast sagen. Um das aber wirklich sagen zu können, muss sich das Unternehmen diese Dividende natürlich auch leisten können. Und das machen wir mal oder prüfen wir, indem wir den Free Cash Flow in Relation zur Dividende setzen. Denn wir wissen ja, der Free Cash Flow ist das, was das Unternehmen pro Jahr erwirtschaftet. Wirklich als Cash Flow, was übrig bleibt. In Relation zur Dividende, denn aus dem Free Cash Flow muss ja auch die Dividende gezahlt werden. Und tatsächlich ist da noch ein bisschen mehr Luft. Das heißt, man könnte als Unternehmen noch mehr Dividende zahlen und könnte sich das weiter leisten. Also tatsächlich, diese Dividende, die ja wahnsinnige ungefähr 8,3% beträgt, das ist drin. Das ist okay. Und man sieht jetzt erstmal nicht in reinen Fundamentaldaten, dass es jetzt bald irgendwie abknickt, dass man sagt, die Dividende kann sich das Unternehmen nicht mehr leisten. Also von daher, da hat durchaus ein Haken dran, kann man sagen. So, nochmal einen tieferen Blick in die Dividendenrendite auch rein. Denn die Rendite hängt ja immer davon ab, wo aktuell der Kurs liegt. Wir sehen, die Dividendenrendite war zwischen 2014 und 2018 auch im Bereich mal nur von 4, 5%. Und eben dadurch, dass der Kurs nach unten gegangen ist, die Dividende im Absoluten aber gleich geblieben ist, ist die Dividende so nach oben gegangen und sieht gerade jetzt eben so sehr attraktiv aus. So, wie sieht die Bilanz aus? Diese Grafik ist vielleicht ein bisschen verwirrend für dich, ja. Aber wenn man da ein bisschen ein geschultes Auge hat, das kann man zum Beispiel, wenn man bei uns in der Börsenausbildung ist, lernt man das Ganze auch. Das können wir gerne verlinken, dass du da dich auch gerne mal informierst über unsere Börsenausbildung, wenn du auch so etwas hier auslesen möchtest. Was aber wichtig ist mit einem geschulten Blick, sieht man, dass vor allem von 2016 auf 2017 hier eine signifikante Bilanzerhöhung eben erfolgt ist. Und das ist eben, wie gerade auch angesprochen, durch diesen Zukauf von Reynolds gewesen, ja. Und gleichzeitig hat man auch einen großen Goodwill aufgebaut, den man jetzt eben, das sieht man hier schon in der Prognose, abschreiben will gerade, ja. Also durchaus Dinge, die das Geschäftsmodell insgesamt, die Verteilung ins Wanken gebracht haben, ja. Jetzt dieser Goodwill wird abgeschrieben. Das sind alles Dinge, die sind sehr inkonstant, ja. Das sieht man nicht so gerne in der Bilanz, so will ich das mal sagen, ja. Wie sieht rein die finanzielle Stabilität aus? Die ist mit einer Schuldenquote zunächst von 54% durchaus akzeptabel. Wenn wir uns aber dann die Schulden mal ansehen, sehen wir, Gesamtschulden sind ungefähr von 65 Milliarden britischem Pfund da. Abschuldig der liquiden Mittel bleiben leider immer noch sehr, sehr viele Schulden, und zwar in Höhe von 58 Milliarden übrig. Und man schafft es nur, ungefähr etwas über 3 Milliarden Cashflow zu generieren. Das heißt, wenn man jetzt den ganzen Cashflow nehmen würde und würde damit versuchen, die Schulden abzutilgen, dann bräuchte man 18 Jahre. Und 18 Jahre ist leider ein relativ hoher Wert. Mit anderen Worten, das Unternehmen hat sehr, sehr viele Schulden und hat da hingegen auch nicht so viele liquide Mittel, wenn man auch bedenkt, dass sehr, sehr viele liquide Mittel pro Jahr ausgegeben werden an die Aktionäre als Dividende. Also da wird schon ordentlich was rausgequetscht, kann man sagen. Da würde ich mir wünschen, dass die Situation durchaus ein wenig besser wäre. So, wie sieht denn die Bewertung aus? Und zwar schauen wir uns die Bewertung hier mal an, im Vergleich zum Konkurrenten Philip Morris International. Und da sehen wir, dass die Bewertung mal zu einem Zeitpunkt, nämlich 2015, 2016, durchaus gleich war mit Philip Morris. Seither ist British American Tobacco eigentlich relativ konstant geschlagen, was die Bewertung angeht. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, es ist auch interessant eine niedrige Bewertung. Ja, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, das, was wir gerade ja schon besprochen haben, dass eben Philip Morris International es schafft, eben mit 35% Umsatzanteil inzwischen in diesen neuen Markt reinzukommen und British American Tobacco das eben nicht schafft. Entsprechend ist Philip Morris für die Zukunft auch höher bewertet. Das ist ja klar. Also da erwartet man mehr Wachstum und British American Tobacco kommt hier leider nicht hinterher, was das angeht. Ja, und deswegen diese Differenz entsprechend, dass Philip Morris hier höher bewertet ist, aber das würde ich nicht als unattraktiv bezeichnen, nämlich das hat durchaus einen Grund. Wie sieht die faire Bewertung aus? Wenn man die KGVs, KCVs, also die Bewertungskennzahlen der Vergangenheit in Relation stellt, dann käme man hier auf eine faire Bewertung von 74 bis 53 britische Pfund. Und das würde bedeuten, dass der Kurs aktuell maßlos unterbewertet ist. Aber Vorsicht, hier hat sich nämlich in 2017, das sieht man hier sehr, sehr gut, dass hier die Kurven schneiden etwas geändert, nämlich durch diese Übernahme. Und deswegen ist dieser Wert hier bitte eine grobe Orientierung, aber wir müssen ein großes Fragezeichen da dran schreiben. Ja, das geht nicht immer so, dass wir fundamentale Bewertungen mit 100%iger Sicherheit ermitteln können und hier ist das Ganze sehr, sehr vage, muss ich sagen. Wie sieht es charttechnisch aus? Das fehlt natürlich auch noch in unserer Betrachtung. Langfristig, und das ist wirklich sehr langfristig, von 1977 an, ja, hatten wir hier einen gewissen Kanal nach oben, an der Obergrenze, auch an der Untergrenze, Untergrenze, hier sind die 2.000-Tiefs zu sehen, ja. Das wurde aber hier gebrochen nach unten. Aber wir sehen aktuell einen sehr, sehr großen Drawdown, der so in der Höhe, in der Intensität, sowie auch in der Länge zeitlich noch nie da war bei dieser Aktion. Das ist ein Warnsignal, auf jeden Fall, was uns da der langfristige Chart zeigt und das, obwohl in der Zeit über 8.000% Rendite herausgekommen ist. Ja, da können wir uns aber nicht viel von kaufen, denn wir sehen auch nochmal hier in der Grafik ganz gut, der Kurs aktuell, ja, der liegt irgendwo da, wo wir auch schon mal 2007, 2008 vor der Finanzkrise waren. Das heißt, da ist einfach in den letzten 15 Jahren kein Wachstum mehr zu holen, was das angeht. Wenn wir uns das anschauen, dann ist das Ganze nochmal mit Dividende eingerechnet, dann sieht das natürlich nochmal viel wunderbarer aus, aber auch da, man erkennt, so die letzten Jahre, da ist wirklich kein Wachstum mehr im Chart da und das in einem Umfeld, wo Aktien insgesamt stark gestiegen sind. Kommen wir zum Fazit. Wie sieht es aus mit dieser Aktie? Ja, wir haben aktuell einen wahnsinnig, historisch großen Drawdown in dieser Aktie und dadurch ist die Dividendenrendite extrem attraktiv mit 8,3%. Ja, und ich glaube, das sind viele Investoren, die jetzt einfach sagen, boah, guck mal, diese Dividendenrendite bekomme ich. Und ja, auf den ersten Blick kann man auch sagen, diese Dividendenrendite, die scheint das Unternehmen sich auch leisten zu können. Das passt also erstmal. Wenn ich mir aber auf der anderen Seite diese Probleme und auch Zukunftsfähigkeit ausmale, dieses Unternehmens, ja, und dann sehe, dass sie wirklich hinten ran sind, was das Wachstum durch die neuen Produkte angeht, dass man im Kerngeschäft sehr viel verliert, dort auch im asiatischen Bereich nicht so gut aufgestellt ist, dann habe ich meine großen Zweifel, ob das ein langfristig gutes Investment ist oder ob auch hinsichtlich der finanziellen Stabilität diese Dividende nicht doch irgendwann mal eingekürzt werden muss. Also ich denke, da sind es viele, viele, viele Unsicherheiten, auch Regulatorien und so weiter. Wir wissen nicht, was die Staaten machen. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass die diversifiziert sind über viele Staaten. Ja, aber Nordamerika ist eben das wichtigste Kerngeschäft. Haben wir gerade in der Verteilung auch nochmal gesehen. Und wenn die USA da irgendwo sagt, okay, wir haben neue Regulatorien, wie zuletzt eben auch dieser Nikotinanteil, der da stark reduziert werden musste, und man verbietet das irgendwann komplett, hat dieses Unternehmen ein wahnsinnig großes Problem. Dann klappt der Umsatz komplett weg, ja. Und auf der anderen Seite braucht man viel länger, um in diesen neuen Markt reinzukommen, wie zum Beispiel Philip Morris. Ganz ehrlich, in dem Zuge könnte man sich vielleicht mal Philip Morris jetzt anschauen, denn wir sehen ja zumindest, in diesem Gebiet scheint das Ganze attraktiver zu sein, bei Philip Morris. Ja, das ist vielleicht eine Idee für eine nächste Analyse. Ganz ehrlich, ich bin bei diesem Unternehmen raus, auch wenn die Dividende richtig anlockt, ja. Und ich würde dir den Tipp geben, ja, lass dich nicht nur von Dividenden verführen, sondern guck dir das ganze Unternehmen an. Mach dir eine Meinung. Diese Meinung muss nicht meine sein. Du kannst ja vielleicht auch sagen, du investierst in diese Aktie. Gerne kannst du mir aber schreiben, wie deine Ansicht dazu ist, nämlich in den Kommentaren. Und ansonsten, schau dir doch mal unsere Playlist an, denn dort haben wir auch noch ganz, ganz viele andere interessante Aktien, die wir uns angesehen haben. Viele interessantere Aktien, als die wir uns heute angesehen haben. oder du schaust dir unser letztes Video hier an, was auch sehr, sehr interessant ist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Sebastian Legrand. Ciao.